so liebe taubenfreunde ist mal wieder so weit wir sind auf dem weg nach bullion stehen noch vor der taubenhalle sind fast pünktlich es ist erst 20 nach acht aber das sind wir ja gewohnt so wir müssen mal gucken müssen wir mal ein bisschen ziel eingeben wo wir auch hinfahren dass wir uns nicht verfahren obwohl wir kennen ja eigentlich den weg aber sicherheitshalber geben wir jetzt mal noch die adresse ein fahren noch mal eben kurz tanken und dann geht's los wir melden uns dann später noch mal vielleicht mal von unterwegs wir gucken mal ja wir sind jetzt vom hof gefahren sind jetzt auf dem weg richtung aachen kleinen begleiter oben den zeppelin haben wir auch ja der fliegt ein bisschen schneller als wir fahren können ja guten morgen erst mal kalte kurze nacht gehabt und jetzt haben wir uns mal heute morgen mal im hellen die ganze geschichte noch mal angesehen ja der platz dahinter ist eigentlich der auflassplatz wir werden mal gucken wir werden hier mal ein bisschen zur seite räumen dass wir wohl noch drauf fahren können ich denke mal es wird gehen so auflass im bullion wir haben die barriere am wenig an zur seite geräumt und sind mal auf den platz gefahren hier und werden jetzt gleich die tauben auf lassen wetter ist gut temperatur ist gut und tauben sind gut drauf brauchen wir jetzt alles auf dass wir gleich starten können wir gehen also mal mal aber mal 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, da gab es nicht mehr viel zu filmen. Ach, jetzt kommen sie noch einmal wieder zurück. Alle zusammen. Ja, da gab es nicht mehr. 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 Ja, da gab es nicht mehr.